Das Thema Strahlung ist in der Raumfahrt ja in aller Munde. Der 700-fachen Strahlungsexposition, die wir hier auf der Erde haben, könnten Astronauten auf dem Weg zum Mond ausgesetzt sein. Aber anders als die Schlagzeilen suggerieren, verfügen wir eigentlich über das Wissen und die Technologie, um das Problem zu lösen. Dazu aber gleich mehr. Um ein Problem zu lösen, muss man es erst einmal durchdringen. Und hier setzt das wahre Experiment des DLR an. Hier sollen erstmals im Detail untersucht werden, wie groß die Strahlungsbelastung für Astronauten überhaupt auf Deep Space Missionen ist. Das wahre Experiment des DLR ist tatsächlich eines der wichtigsten Experimente auf dem NASA Artemis 1 Flug, auch wenn es komplett autark von Orion funktionieren muss. Nicht nur, wie schlimm es eigentlich wirklich ist, soll herausgefunden werden, sondern es wird auch eine Technologie erprobt, die den menschlichen Körper vor der Strahlung schützen soll. Wusstest du zum Beispiel, dass Frauen anfälliger für die Strahlungsbelastung sind als Männer? Warum das so ist und ob das ein No-Go für bestimmte Missionen wäre, das klären wir heute. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du keine Videos über Raumfahrt mehr verpassen möchtest, abonnieren nicht vergessen. Aber zum Thema der heutigen Episode. Ich erzähle dir vermutlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass die Erdatmosphäre und die Abschirmung des Erdmagnetfelds uns vor dem größten Teil der Strahlung im Weltraum schützen. Diese Strahlung, die kommt aus den Tiefen des Alls, aber natürlich auch direkt durch dieses Fusionskraftwerk, das genau eine astronomische Einheit von der Erde entfernt ist. Unsere Sonne. Ja, wie gut allein unsere hauchdünne Atmosphäre daran ist, uns vor der Strahlung im Weltall zu schützen, weiß man ja bereits von dem notwendigen höheren Schutz zum Beispiel auf Bergwanderung oder von Piloten, die ihre Familienplanung möglichst früh abschließen sollten. Da diese Strahlenbelastung von Piloten beruflich bedingt ist, wird das in Deutschland übrigens für alles fliegende Personal sehr genau überwacht. Etwa 10% der überwachten Personen, die einem beruflichen Strahlenrisiko ausgesetzt sind in Deutschland, sind fliegendes Personal. Diese 10% machen laut Bundesamt für Strahlenschutz zwei Drittel der gesamten beruflich bedingten Strahlendosis in Deutschland aus. Wenn wir spaßeshalber die mittlere Strahlendosis auf der Erdoberfläche als Norm annehmen, dann ist man bei einem Flugzeugflug der 40-fachen Strahlendosis ausgesetzt. Auf der ISS, wo der schützende Einfluss der Atmosphäre fast gänzlich fehlt, da ist es schon das 250-fache. Und für Flüge außerhalb des Erdmagnetfelds, wie bei einer Mondmission oder halt zum Mars, könnte es das 700-fache sein. Ich denke, es ist klar, dass da ein einfaches, dickeres Eingremen nicht hilft. Wie schlimm es wirklich ist, das wissen wir wie gesagt noch gar nicht so genau, beziehungsweise eben das soll das MAHRE-Experiment des DLR feststellen. Moin Thomas, wer sind Soha und Helga? Soha und Helga sind zwei weibliche Phantome. Die im Rahmen der NASA Artemis 1 Mission zum Mond und dann hoffentlich auch wieder zurück zur Erde fliegen werden. Laut NASA wurde Orion speziell entwickelt, um sowohl Menschen als auch Hardware vor der Strahlung des Weltraums bestmöglich zu schützen. Bei besonderen Strahlungsereignissen, wie zum Beispiel bei einer Sonneneruption, kann die Orion-Besatzung beispielsweise im mittleren Teil des Besatzungsmoduls zwischen dem Boden und dem Hitzeschild in Deckung gehen. Wobei die an Bord befindlichen Stausäcke für einen extra Strahlenschutz sorgen sollen. Okay, das klingt für mich jetzt eher nach den Lehrfilmen der 50er Jahre, wo geraten wird, sich bei der Explosion einer Atombombe unter dem Tisch zu verstecken. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered. First you duck and then you cover. And very tightly you cover the back of your neck and your face. Duck and cover underneath the table or desk. Ja, und tatsächlich schützt das Orion-Raumschiff-DQ nicht gegen alle Strahleneinflüsse da draußen. Wo die Strahlung am schlimmsten ist, wie stark und wie lange der Körper von Astronauten belastet werden würde, das untersucht das MAHRE-Experiment des DLR mit einer Vielzahl von Sensoren. Warum braucht man eigentlich so viele Sensoren und warum haben die Puppen unterschiedliche Proportionen? Also, die beiden Phantome sind ja dazu da, um zu messen, wie groß die Strahlenbelastung auf den weiblichen Körper im Weltraum ist. Um das messen zu können, muss ich jetzt in diesen Körper, also in diese Phantome, Direktoren einbauen, weil sonst kann ich die Strahlung nicht messen. Und deswegen haben wir pro Phantom knapp 6000 Sensoren eingebaut in die Phantome, um zu sehen, wie sich die Strahlenbelastung auf den menschlichen Körper, jetzt auf den weiblichen Körper auswirkt. Das sind aber nicht irgendwelche Schaufensterpuppen mit teurer Sensorik. Beide Puppen bestehen aus Materialien, die Knochen, Weichteile und Organe einer erwachsenen Frau nachahmen. Dafür sind die Phantome aus 38 Einzelscheiben aufgebaut, die in sich durch Kunststoffe mit unterschiedlichen Dichten die Strahlungsdurchlässigkeit des menschlichen Gewebes nachahmen. Ohne Arme und Beine sind die beiden Phantome 95 cm groß und 36 kg schwer. Aber warum eigentlich weiblich? Es wird viel über mehr Frauen in der Raumfahrt gesprochen. Jetzt habe ich durch euer Experiment gelernt, dass Frauen anfälliger für Strahlung sind. Wie kommt das und ist das so schwerwiegend, dass es ab einem gewissen Punkt dann gesundheitlich bedenklich für Frauen ist und für bestimmte Personen nur Männer ausgewählt werden können? Komplexe Frage. Deswegen antworten wir versuchen, so kurz wie möglich zu fassen. Wenn wir über Strahlung reden oder über strahlende Risiko, geht es immer um das Risiko des gesamten Körpers, Krebs zu bekommen. Und somit muss man sich die einzelnen Organe des Körpers anschauen, des männlichen und des weiblichen Körpers, und dann über die gesamten Organe aufsummieren, um das Krebsrisiko zu erhalten. Und bei Frauen kommt halt zusätzlich noch, was bei Männern nicht ist, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko dazu. Und deswegen haben Frauen ein höheres Risiko im Weltraum als Männer. Das ist mal die kurze Antwort auf die Frage. Können deswegen Frauen kürzer fliegen im Weltraum? Nein, es gibt gewisse Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Aber wir haben jetzt natürlich immer mehr Frauen, Gott sei Dank, die auch im Weltraum fliegen. Deswegen macht es auch Sinn, sich jetzt in dem Mare-Experiment wirklich mit weiblichen Phantomen, die halt weibliche Astronautinnen simulieren, zu beschäftigen. Ich hatte es schon gesagt, das Einzige, was wirklich gegen Strahlung hilft, das ist Abschirmung. Und hier kommen wir zu der israelischen Beteiligung an dem Experiment. Warum schauen die unterschiedlich aus? Im Prinzip schauen sie nicht unterschiedlich aus. Es sind zwei Phantome, die absolut baugleich sind. Also auch wenn man sich das anschaut, die wiegen bis aufs Graben genau das Gleiche. Der Unterschied ist, dass Helga, das deutsche Phantom, fliegt ungeschützt in dem Orion-Flugzeug. Und Zoha, das israelische Phantom, trägt eine Strahlenschutzweste, die von einer Firma in Israel entwickelt wurde. Und deswegen sieht Zoha ein bisschen molliger aus, weil sie eben zusätzlich noch diese Strahlenschutzwesten trägt. Und wir wollen testen, wie gut diese Weste gegen Strahlung schützt. Fun Fact, ich bin ja gerade mit der Familie in Andalusien. Und nur ein paar Kilometer von hier entfernt ist tatsächlich Strahlung ein echtes Problem. Ja, ich bin hier in dem kleinen beschaulichen Dorf Palomares in Südspanien. Und hier hat sich 1966 eine ziemlich abgefahrene Geschichte abgespielt. Das Areal ist übrigens bis heute verstrahlt und abgesperrt. Wenn euch diese abgefahrene Geschichte mehr interessiert, mache ich dazu gerne eine Spezialfolge. Auch wenn es nicht wirklich etwas mit Raumfahrt zu tun hat. Obwohl es gibt da einen Schwenk. Zwar hat Israel bis heute den Besitz von Atomwaffen weder zugegeben noch dementiert. Aber für Zwischenfälle mit Atomwaffen, ob gewollt oder ungewollt, sind solche Westen entwickelt worden. Aber auch um Techniker und oder Rettungskräfte bei Unfällen in Atomkraftwerken zu schützen. Laut Stemrath, dem Entwickler der Schutzweste, müssten die Astronauten eine Vierteltonne an Schutzkleidung tragen, um sich vor der gesamten Strahlung zu schützen. Dass das in der gewichts-sensitiven Raumfahrt keine Option ist, leuchtet glaube ich ein. Auch sollen die Astronauten ja leben und arbeiten und nicht permanent einen 250 Kilogramm schweren Anzug tragen müssen, der die Bewegungsfreiheit natürlich erheblich einschränkt. Ein Tod musste sterben und wie bei vielen Ingenieursproblemen ist es am Ende ein Kompromiss aus Schutzwirkung, Gewicht und Bewegungsfreiheit. Das Design der Weste sieht vor, dass man besonders sensible Regionen schützt und vor allem Bereiche, in denen sich eine hohe Dichte an Stammzellen befindet. Das wären dann Organe in der Bauch- und Beckenregion, Eierstücke, Dickdarm und Blase. Es handelt sich also um einen selektiven Strahlenschutz. Die Idee ist, dass nach einer Strahlenexposition gesunde Stammzellen dem Körper besser helfen können, sich von den Strahlendosen zu erholen. Gleichzeitig bietet die Abschwemmung von Stamm- und Vorläuferzellen auch einen Vorteil bei der Verringerung der Wahrscheinlichkeit von strahleninduziertem Krebs. Das liegt daran, dass Stammzellen mehr Nachkommen haben als normale Zellen. Das heißt, würde das Erbgut einer Stammzelle durch Strahlung geschädigt, wird diese Schädigung an deutlich mehr Tochterzellen weitergegeben. Weiter ist der Schutz nicht überall gleich dick, sondern ergänzt den Eigenschutz der unterschiedlichen menschlichen Gewebeverteilung sinnvoll. So kann der biologisch größte Schutz bei gleichzeitig geringstem Masseeinsatz ermöglicht werden. Und aus was für einem Material ist das? Ja, laut einem Interview mit StemRat-Mitarbeitern aus hochdichtem Polyethylen. Das ist verhältnismäßig leicht und hat eine hohe Wasserstoffdichte. Der Wasserstoff ist von Vorteil, da das die Entstehung von Sekundärstrahlung minimiert. Grob vereinfacht liegt es daran, dass wenn die Teilchenstrahlung des Weltraums den Wasserstoff trifft, durch die Kollision keine schädliche sekundäre Strahlung entsteht. Bei schwereren Elementen sähe das mit der Sekundärstrahlung ganz anders aus. Das hochdichte Polyethylen ist nicht besonders flexibel. Um das Ganze für die Astronauten angenehmer zu machen, bestehen die Schutzeinsätze aus sechseckigen Stiften von unterschiedlicher Länge, je nachdem wie dick der Schutz an der Stelle sein soll. Und das Ganze wird dann von einer flexiblen Kunststoffmatrix zusammengehalten. Bisschen so wie eine Menge an Buntstiften in einem Wackelpulin. Auch spannend, dass Stemred aktuell untersucht, an Bord künftiger Raumfahrzeuge anfallenden Abfall zu Abschirmelementen zu recyceln. Dadurch könnte laut eigener Angabe der mit der Ausrüstung verbundene Nutzlastanteil erheblich verringert werden. Apropos zukünftige Raumfahrzeuge und Langzeitmissionen. Wie ist es denn jetzt mit dem Mars? Vom jetzigen Standpunkt aus, haben wir Technologien, mit denen Flüge für Menschen zum Mars überhaupt möglich sind? Im Prinzip haben wir Technologien, es dauert halt noch sehr lange, um bis zum Mars zu kommen und dann auch wieder zurück zu kommen. Das heißt, was wir brauchen, und deswegen fliegen wir auch die ganzen Artemis-Missionen, die Rückkehr zum Mond sind auch dazu da, um Technologien zu testen, die uns dann helfen sollen, schneller und auch sicherer zum Mars zu kommen. Das heißt, wenn wir schnellere Antriebe entwickeln, sind wir kürzer im Weltraum, sind weniger stark der Strahlung ausgesetzt. Wenn wir bessere Abschirmmaterialien entwickeln, gegen Strahlung, können wir uns besser schützen, haben wir kürzer ein Strahlung-Risiko. Und all das wird sozusagen jetzt im Rahmen von Artemis durchgeführt, um, wie es so schön heißt, den nächsten Stepping Stone zu haben oder Informationen und Technologien zu testen, die wir dann auch für den Mars einsetzen können. Aber vor dem Mars ist erstmal der Mond dran. Vermutlich deutlich, bevor wir mit Artemis 3 wieder Menschen den Mond betreten, wird der vom DLR entwickelte Sensor M42, der auch in den Phantomen Helga und Soa verbaut ist, auf dem Mond landen. Also eins muss man den Missionsplanern beim DLR schon lassen, wir haben Eier aus Stahl ihre Experimente bei Vulcan und SLS auf den Jungfernflügen unterzubringen. Also wir haben jetzt fünf Jahre auf dieses Experiment hingearbeitet. Wir waren jetzt gerade am Cape, haben alles zusammengebaut, das wurde eingebaut ins Raumschiff. Ich freue mich jetzt einfach. Also im Prinzip überwiegt jetzt mal die Freude. Wir halten durch die Daumen, dass alles jetzt super klappt für den 29. August. Und für uns als Wissenschaftler ist es natürlich dann noch spannender, wenn der Raumflugerfolger stattgefunden hat und wir dann die beiden Phantome wieder zurückbekommen und dann auch die Daten wirklich auswerten können. Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank Thomas. Ihr merkt, das Interview ist noch im August entstanden. Vielen Dank an dieser Stelle geht an die Raumfahrtagentur im DLR, die das Interview möglich gemacht hat und das Material für die Einblendung zur Verfügung gestellt hat. Wir drücken weiter für Artemis 1 die Daumen, aber natürlich auch für die Rückkehr von Orion mit den Phantomen Soa und Helga. Denn die passiven Strahlungssensoren können ja erst nach einer Rückkehr ausgewertet werden. By the way, die NASA gibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Orion mit Artemis 1 verloren geht, mit 1 zu 125 an. Ja, also bei der Wahrscheinlichkeit, da würde ich ja persönlich anfangen, Lotto zu spielen. Wenn du die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchtest, dass der YouTube-Algorithmus dir gute Videos über Raumfahrt vorschlägt, hier mein Lifehack für dich, Abo drücken. Und wenn dir das Video heute gefallen hat, ja gerne ein Like dalassen. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Muss ich dir vermutlich nicht sagen, aber es war in den letzten 50 Jahren noch nie so spannend, sich für Raumfahrt zu begeistern. Wir stehen vor der Rückkehr zum Mond und den nächsten großen Sprüngen da draußen. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Wenn es dir genauso geht, schreib mir gerne unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.